Wahrlich, nichts ist widerlicher auf Erden als jene Monster, welche der Hexer geheißen. Sind sie doch Früchte der verruchtesten zauberischen Teufelein, Kreaturen ohne Anstand, Gewissen und Skrupel, Höllenbrut, geschaffen allein um zu töten. Anonymus, das Monstrum, eine Beschreibung von Hexern. Sechs Jahre sind vergangen, seit die vereinten nördlichen Königreiche bei Brenna, Nifgats Armeen, schlugen. Hunger und Krankheiten plagen den Norden. Anderlinge leben in Ghettos. Immer mehr flüchten in die Wälder und schließen sich den Skoyotel an. In Timerien wird ein heimtückischer Anschlag auf König Foltest verübt. Der Monsterjäger Gerald von Riva tötet den Attentäter. Ein Monat vergeht. Foltests Armee siegt am Pontar und beendet damit den Bürgerkrieg. Allerdings wird Foltest für diesen Triumph einen hohen Preis zahlen müssen. Timerien im Jahre 1271. sich. Wieso kommt mir das bekannt vor? Es ist von Teil 1. Prolog. Kerka der Burg la Valette. Drei Tage nach der Schlacht. Los, ihr Sechsen. Komm zu, Papi. Kacke. Ha, 20 Orens für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Oh. Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Schon wieder. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rum experimentiert. Und zur Sonnenwinde treiben sie's mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick. Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Ich bin nicht so leicht zu töten. Ich bin nicht so leicht zu töten. Aber... Fick dich. Ich bin erstmal ganz normal. Neutral. Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Wie dumm von mir. Wes! Mach ihn los. Oh. Gerold von Riva. Stellst du uns vor? Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hierher nicht vertrocknen. Erzähl mir alles. Die ganze Erstürmung. Was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mach meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach? Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Hm. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen. Der Beginn der Erstürmung. Wir haben uns beim Tempel getrennt. Hä? Ähm, ähm, ähm. Ich, äh, hab eigentlich keine Ahnung. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Foltest sagt man nicht nein. Ah, okay. Tag der Erstürmung. Morgengrauen. Wir erinnern uns, es gibt verschiedene Anfänger. Und ich habe gerade einen gewählt. Offensichtlich den richtigen. Haha. Oh, ist es Triss? Ist es Triss? Ja. Hexal, bist du wach? Ah! Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und Sodden, oberster Protektor von Brugge, befiehlt Meister Geralt, bei ihm zu erscheinen. Sag ihm, ich werde gleich da sein. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Gescheit... Gescheite Kriege gibt es nicht. Ein Streit zwischen Geliebten, wegen dem Menschen sterben. Hm? Gescheite Kriege gibt es nicht, Triss. Vielleicht weißt du, was ich unseren wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankkarte zeugen und keine Kriege vom Zaun brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankkarte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, das... Ich weiß. Fortest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Volltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Dieser Traum. Die Sperrer wollen einen Drachen gesichtet haben. Hast du etwas über den Attentäter erfahren? Ich will erstmal was von dem Traum wissen. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die wilde Jagd. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher. Deswegen kam mir der Traum so bekannt vor, weil wir den tatsächlich im Teil 1 schon gesehen haben. Die Sperr wollen. Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über einen Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Er hatte Katzenpupillen. Du meinst, dieser Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst Nebeldunst. Ein Speer schwört übrigens Stein und Bein am Fluss, einen Drachen gesehen zu haben. Er will auf einen Vortrupp der Scoia-Tel gestoßen sein, der ihm fast das Licht ausgeblasen hätte. Aber dann sei ein Drache herangeflogen, sodass die Elfen sich zu Boden warfen und den Speer türmen ließen. Ein Drache mitten in der zivilisierten Welt? Nicht, Geralt. Außerdem jagen Hexer doch keine Drachen. Oder hat sich das geändert? Nein. Und du hast recht. Hier gibt es wohl kaum echte Drachen. Vielleicht war es ein Gabelschwanz oder ein Schleimling, ein ausgewachsener Wüvern. An der Geschichte stimmt wohl nur, dass der Speer den Elfen entkommen ist. Hm. Okay. Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Alles klar. Es kann natürlich sein, dass egal welchen Anfang wir wählen, äh, Geralt immer damit beschäftigt ist. Ich muss hier erstmal klarkommen, Leute, ne? Halt. Da war doch was. Ich konnte doch da gerade was untersuchen. Ach, unterhalten. Nein. Unterhalten muss man uns nicht mehr. Gibt es hier nichts zum Aufsammeln? Doch. Äh. Alles nehmen. Hier nicht. Okay. Na dann. Tschüss. Triss. Wow. Ich muss mich mal ein bisschen umgucken. Nehmt es mir nicht übel. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Äh. Was war das? Aber die stimmen, ne? Das klingt viel mehr als die paar Leute da unten. Was ist hier das für ein Zelt? Halt. Kräuter sammeln. Nur damit wir mal einen Anfang gemacht haben. Hier können wir nicht rein. Schade. Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Hallo? Ah, okay. Das war mir jetzt ein bisschen zu kurz. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt, Hexer. Dein Schwert ist heute gewiss von Nutzen. Auftrag erledigt. Du solltest dich doch tummeln und herausfinden, wer Folters töten wollte. Ich hab ja auch schon ordentlich die Fühler ausgestreckt. Und? Die Sache ist knifflig. Du kennst angeblich Leute, die dir helfen können. Ich kann dich zu jedem Beutelschneider Temeriens führen. Aber der Attentäter war nicht von hier. Bist du sicher? So sicher, wie ich dich vor mir sehe. Wird Folters die Belagerung nun beenden? Heute stürmen wir, heißt es. Wird auch Zeit. Ich sitze lieber am Lagerfeuer, als meinen Hals zu riskieren. Kann ich verstehen. Auftrag erledigt. Du hast die Gorgo getütet? Donnerwetter. Und? War es schwer? Übliche Hexerarbeit. Du bekommst deinen Lohn, sobald wir mit diesen Lavalettes fertig sind. Du sollst es nicht bereuen. Sofort wäre mir lieber. Ein Soldat im Krieg ist nicht die sicherste Rücklage. Okay. Wir haben zwar noch nicht wirklich eine Gorgo getötet, aber... Hier steht die Ehre der Haudegen von Grimfried auf dem Spiel. Da wird nicht... Hallo? Sieh mal da, Kleiner. Ein Hexer. Kann ich mit dir nicht reden? Hexler. Hexler. Der Hexer. Kennen wir uns? Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grimfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Ha! Genau wie Boholt. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf von einem Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Hexler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner. Der geht bei uns in die Leere sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig. Aber wozu über vergossene Milchweine? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Boholt hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Äh, was? Was für eine Vergewaltigung. Halt den Rand, Neuntöter. Der Hexer weiß es nicht mehr. Wozu ihn großartig erinnern. Wir sind alte Bekannte und gut. Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Du wolltest den Drachen töten. Die Zauberin wollte ihn töten. Die Bauern auch. Jeder wollte es. Aber nur einer konnte den Preis heimtragen. So gab es Streitereien. Bisschen Dresche. Ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Wer war diese Zauberin? Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter. Weißt du noch, wie sie hieß? Äh, Konifere. So ähnlich. Also Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten? Was für Kummer habt ihr denn? Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zass dafür war. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldaten-Ehre gegen Ritter-Ehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang gehalten. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Nein, ich wollte nicht helfen. Ein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also, ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Vielleicht hilft das Amulett ja. Ich glaube kaum. Woher habt ihr das? Woher habt ihr diesen Tagesmann? Sagen wir, er fiel uns zu. Wir sind auf Patrouille, nicht wahr? Und rennen ein paar Novizenpriesterinnen in die Arme, die da vor einem Schrein beten. Alle freundlich, alle am Lächeln. Wir wollten sie eine Runde bespringen. Oh, aber... Klappe! Bohold hatte einen seltenen klaren Moment, plünderte den Schrein und fand das Amulett. Man weiß nicht recht, was in seinem Oberstübchen vor sich geht, aber hin und wieder ist er doch noch der Alte. Oh ja, er haut sie immer noch mit einem Streich entzwei. Jedenfalls haben wir uns das Amulett gegriffen und sind dann dem übrigen Patrouillenzug nach. Und dann, mein Lieber, erst rennen wir in ein paar Eichhörnchen von der bösen Sorte, die Luft voller Pfeile, aber wir bleiben unversehrt. Und kaum drei Eichhörnchen stehen noch, als plötzlich ein Drache heranpfeift, die Elfen auf die Knie fallen und wir alle Fersengeld geben. Das Amulett ist garantiert magisch. Obwohl es den Schrein ja nicht vor eurer Patrouille beschützt hat. Hm, auch wahr. Also, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Ich denke, es könnte euch wirklich helfen. Ich befürchte, dass Amulett zieht Ärger an. Es ist voller Energie, aber ich weiß nicht, was es... Da ist eindeutig Magie in dem Ding. Aber dass es deswegen Schwerter oder Pfeile abhält, bezweifle ich. Kacke, ich hab's gewusst. Du Spaten. Ich hab's dir gesagt. Ehre und mein Arsch. Schall dich ein, Kleiner. Du ziehst traditionell in die Schlacht. Sei's drum. Und ich hätte den Edlen so gerne arm gemacht. Verfluchte Schande. Wenn alles gut geht, trinken wir unseren Leitungsvorsorge in der Ballett. Ja, ich wollte denen eigentlich helfen, bis ich dann Vergewaltigung gehört hab. Und wahrscheinlich wurde da eine alte Freundin von uns fast vergewaltigt. Also, nein, denen helfen wir nicht. Aber ich muss hier echt langsam mal Schluss machen. Ich will nicht. Ich will hier alles erkunden, aber ich muss jetzt Schluss machen. Oh, also doch. Oder? Ist es der Schatten eines Drachen? Oder nur von dem Ding da? Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich hier einen Drachen sehe. Aber anscheinend war es nur das. Gut, jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Ich muss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.